Um aus dem geschriebenen Quellcode ein Programm zu erstellen, werden mehrere Schritte durchlaufen. Ein Schritt ist zum Beispiel der Kompiliervorgang, bei dem der Compiler aus dem Quellcode einen für den Prozessor lesbaren Maschinencode erzeugt. Aber bevor der Compiler seine Arbeit machen kann, muss vorher der Code noch vorverarbeitet werden und das macht der sogenannte Präprozessor. Hier in diesem Video geht es jetzt also darum, welche Schritte der Vorverarbeitung der Präprozessor ausführt und wie man den Präprozessor durch Anweisungen steuern kann. Tatsächlich haben wir in dieser Reihe seit dem ersten kleinen C-Programm schon Anweisungen an den Präprozessor verwendet, nämlich die Include-Anweisungen zum Einbinden von Header-Dateien. Und an diesem Beispiel sieht man auch gleich das Charakteristische der Präprozessor-Anweisungen. Diese Anweisungen beginnen immer mit einem Raute-Symbol oder einem Hashtag. Neben diesem Include gibt es aber noch eine Reihe weiterer Präprozessor-Anweisungen, auf die wir jetzt im Folgenden eingehen. Eine der Anweisungen, die neben dem Include am häufigsten verwendet werden, ist das Define, mit dem man einen konstanten Ausdruck definiert. So ein definierter Ausdruck wird auch als Makro bezeichnet und für solche Makros ist es eine Konvention, diese mal groß zu schreiben. Hier zum Beispiel wird ein Makro myP definiert, das die Zahl pi repräsentiert. Dieses Symbol können wir dann verwenden, um die Zahl 3,1415 auszugeben. Im Grunde funktioniert das Define wie eine Funktion Suchen und Ersetzen. Der Präprozessor durchsucht also den gesamten Quellcode nach dem Ausdruck myP und ersetzt dafür die Zahl 3,1415. Dieses Suchen und Ersetzen ist aber beschränkt auf die Codeteile, wo myP tatsächlich als Ausdruck auftaucht. Würde ich zum Beispiel in dem String im Printf hier myP schreiben, so wie ich das auch gemacht habe, wird das natürlich nicht ersetzt. Ganz wichtig ist, dass man bei der Define-Anweisung nicht versucht, eine Zuweisung zu machen, also das Symbol und den Wert nicht mit einem Gleichheitszeichen verbindet oder hinter dem Statement ein Semikolon macht, was ja bei Anweisungen in C üblich wäre. Das wären nämlich Zeichen, die beim Suchen und Ersetzen mit ersetzt würden, was dann wiederum zu Fehlern im Programmcode führt. So auch muss man auch wissen, dass der Wert, der für das Symbol, hier zum Beispiel myP definiert wird, eine Konstante ist. Der Wert kann also im Programm nicht verändert werden. Anweisungen, in denen versucht wir, diesen Wert zu verändern, schlagen dann also Fehl. Okay, wenn man also sich erst einmal klargemacht hat, dass Define wie Suchen und Ersetzen funktioniert, kann man damit sämtliche Ausdrücke definieren. Zum Beispiel also auch ein String. Und dieses Symbol kann ich dann auch im Printf verwenden. Man kann sogar in dem definierten String auch Formatierungszeichen für die Ausgabe im Printf einfügen und diesen String dann als erstes Argument vom Printf übergeben. Man sieht an diesem Beispiel also, dass man über diese Definition sehr viele unterschiedliche Ersetzungen im Programmcode vornehmen könnte. Allerdings muss man hier stark aufpassen, die Lesbarkeit des Quellcodes damit nicht zu verschlechtern. Manchmal werden mit der Define-Anweisung auch Symbole definiert, ohne dass diesen dann Werte zugewiesen werden. Ein Beispiel dafür kommt aus der Bibliothek math.h. In dieser Header-Datei ist nämlich eine Konstante für den Wert pi schon vordefiniert, die auch viel genauer ist als der Wert, den ich hier oben selber angegeben habe. Und dieses Makro hat den Namen m-pi, wobei alle Buchstaben großgeschrieben werden. Wie man hier aber sieht, ist dieses Makro noch unbekannt, obwohl ich ja die Header-Datei math.h eingebunden habe. Damit ich dieses Makro benutzen kann, muss ich zuvor diese Definition noch freischalten. Und das macht man, indem man das folgende Makro definiert. Und nach dieser Definition wird dann also auch das Makro m-pi erkannt, wie man das hier sieht. Wie dieses Freischalten von Makros funktioniert, erkläre ich gleich. Zunächst einmal schauen wir uns hier an, wie man Prä-Prozessor-Anweisungen in eigene Header-Dateien auslagern kann. Dazu erstelle ich hier im Ordner Header-Dateien in der Projektmappe erst einmal eine neue Header-Datei, die ich myutil.h nenne. Diese Datei sehen wir jetzt hier links und die ist noch leer. In dieser Datei können wir jetzt zum Beispiel neue Makros definieren. Das könnte zum Beispiel ein Makro sein, das eine maximale Länge für Strings ist, die wir in unserem Programm verwenden wollen. Damit wir in unserer C-Datei auf dieses Makro zugreifen können, müssen wir die Header-Datei myutil.h eben hier einbinden. Das Einbinden dieser Header-Datei sieht etwas anders aus als sonst. Die Anführungsstriche bedeuten einfach, dass die Header-Datei myutil.h in dem lokalen Projektordner gesucht werden soll, während die Dateien, die mit Spitzenklammern angegeben werden, in einem übergeordneten Speicherort gesucht werden sollen. Theoretisch könnte man auch einfach immer die Anführungsstriche hier verwenden, denn wenn eine Header-Datei nicht im lokalen Verzeichnis gefunden wird, wird sie dann automatisch in dem übergeordneten Verzeichnis gesucht. Wenn ich also unsere selbstgeschriebene Header-Datei eingebunden habe, steht auch das Makro maxStringLang zur Verfügung und ich könnte dann zum Beispiel in der Main-Funktion ein String mit dieser Länge deklarieren. Dieses Vorgehen hätte in diesem Fall einen Vorteil, wenn man eben neben diesem einem String noch viele weitere Strings deklarieren würde, die aber alle in der Länge begrenzt sein sollen auf einen Wert, den ich zentral, also in dieser Header-Datei hier vorgeben möchte. Übrigens sind Header-Dateien auch nicht auf Prä-Prozessor-Anweisungen beschränkt. Man kann ja auch normalen C-Code angeben. Da unsere Header-Datei myutil heißt, wäre es hier sinnvoll, eine nützliche Funktion wie zum Beispiel für das Lehren des Eingabe-Buffers anzubieten. So etwas braucht man immer, wenn man direkt hintereinander zwei Eingaben mit scanf-s macht. Ohne das Lehren des Buffers nach der ersten Eingabe würde nämlich das zweite scanf einfach das Enter lesen, das zum Absenden der ersten Benutzereingabe eingegeben wird und das eben noch im Eingabe-Puffer liegt. An diesem Beispiel sieht man auch, dass in Header-Dateien wiederum andere Header eingebunden werden müssen, wie in diesem Beispiel hier die Standard-IO. Kommen wir jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, also den Prä-Prozessor-Anweisungen. Und jetzt erkläre ich, was es auf sich hat mit dem Definieren von Makros, womit man wiederum andere Definitionen freischaltet, wie wir das zuvor bei der Math.h und dem Makro m-pi gesehen haben. Stellen wir uns dazu also vor, dass die Beschränkung der maximalen Stringlänge hier über das Makro MaxStringLang eine Option in unserem Programm sein soll, die wir nicht standardmäßig haben wollen, sondern die wir aktiv einschalten müssen. Der Schalter, über den wir diese Option setzen, könnte dann ein Makro sein, zum Beispiel define-restrict-stringlang. Den Namen dieses Makros hier habe ich mir ausgedacht, der ist also frei wählbar. Auch der vorangestellte Unterstrich ist kein Muss, hat sich aber bei der Bezeichnung solcher Makros zum Steuern von Erstellungsprozessen von Software etabliert. So, die Header-Datei muss dann so umgeschrieben werden, dass die Definition des Makros MaxStringLang nur unter der Bedingung erstellt wird, dass das Makro RestrictStringLang zuvor definiert wurde. Das macht man mit der Anweisung ifDef. Hier sehen wir jetzt, dass die Definition des Makros MaxStringLang nur dann erfolgt, wenn das Makro RestrictStringLang erstellt wurde. Und in gleicher Weise funktioniert auch die Freischaltung der Konstanten, wie zum Beispiel m-pi aus der Mathebibliothek. Und außer m-pi werden dabei natürlich noch viele weitere Konstanten freigeschaltet. Das Gegenstück zu ifDefined ist die Anweisung ifNotDefined, die also prüft, ob ein Makro nicht oder auch noch nicht definiert wurde. Diese Anweisung findet man häufig in Header-Dateien, mit denen man ein doppeltes Einbinden von Header-Dateien unterbindet. Laut ansiC-Standard ist nämlich eine Neudefinition eines Makros, also eine Definition eines Makros mit identischem Namen wie ein zuvor bereits erstelltes Makro, unerlaubt. Dies würde aber passieren, wenn man eine Header-Datei in einem Programm doppelt einbinden würde. Das kann passieren, weil ja in Header-Dateien auch andere Header eingebunden werden, wie wir das an dem Beispiel hier in unserer Header-Datei schon gesehen haben. Tatsächlich würde also in unserem Programm StandardIO an verschiedenen Stellen eingebunden, nämlich hier und hier. So, in der StandardIO werden aber Maßnahmen ergriffen, um ein doppeltes Einbinden zu verhindern. Und diese Maßnahmen treffen wir jetzt auch hier in unserer eigenen Header-Datei. Und dazu prüfen wir in der ersten Zeile der Datei, ob noch kein Makro mit einem bestimmten Namen definiert wurde. Der Makroname ist hier also myutil-h-unterstrich. So, und wenn dieses Makro also noch nicht existiert, dann wird das hier in Zeile 2 definiert. So, und in dieses Konstrukt, also zwischen if-not-defined und end-if, ist der gesamte Rest der Header-Datei eingebunden. Damit erreicht man also, dass der Inhalt der Header-Datei genau nur einmal eingebunden wird. Und mit diesem ersten Einbinden wird nämlich auch das Makro myutil-h erstellt, dessen Existenz dann beim nächsten Versuch der Einbindung geprüft wird. Und weil es dann ja schon existiert, wird also der ganze Teil, der also zwischen Zeile 1 und Zeile 14 hier steht, eben nicht nochmal eingebunden. Der Name des Makros ist übrigens hier wieder frei gewählt, aber auch hier hat sich etabliert, den Namen in Anlehnung an den Namen der Header-Datei zu wählen, so wie ich das hier gemacht habe. So, dies ist also nur ein Beispiel dafür, wofür man die Anweisung if-not-defined verwenden kann. Aber natürlich ist diese Anweisung darauf nicht beschränkt. Ergänzend zu der define-Anweisung gibt es auch noch ein Gegenstück, und diese Anweisung heißt undef. Damit kann man ein zuvor erstelltes Makro wieder aufheben. Die Aufhebung ist dann gültig ab der Zeile, in der die undef-Anweisung steht, und das Makro könnte danach sogar wieder erstellt werden, was dann sogar mit dem ANSI-C-Standard auch konform wäre. Hier hebe ich jetzt also in Zeile 11 das Makro MaxStringLang wieder auf. Danach ist es also nicht mehr definiert, so dass ich das auch nicht mehr verwenden kann, um zum Beispiel einen neuen String mit dieser Länge zu deklarieren. Die Verwendung dieses Namens führt jetzt eben zu einem Fehler, weil dieser nicht mehr als Makro definiert ist. So, schauen wir nun auf das sogenannte bedingte Kompilieren. Das ist eine Möglichkeit, mit Hilfe von Präprozessor-Anweisungen Teile des Quellcodes beim Erstellprozess auszublenden, so dass die Anweisungen in diesen Teilen nicht Bestandteil des erstellten Programms sind. Dazu gibt es die Anweisungen if, elif und else, und ein typisches Beispiel für die Verwendung dieser Anweisungen ist das Einstellen von Testausgaben innerhalb eines Programms. Testausgaben können zum Beispiel einfache Printf-Anweisungen sein, in denen bestimmte variablen Werte zu Testzwecken ausgegeben werden. In diesem Beispiel soll ein Array nach einem Funktionsaufruf FlipArray zu Testzwecken ausgegeben werden, zum Beispiel um zu prüfen, ob die Funktion ihre Aufgabe auch korrekt erfüllt. Diese Testausgaben sind ja aber nur für die Entwicklung und vielleicht auch für die Wartung und Erweiterung der Software relevant. Ganz sicher aber sollen diese Ausgaben nicht in der finalen Version des Programms auftauchen. Es wäre also gut, diesen Teil des Codes vom Erstellprozess auszunehmen, ohne aber den Code zu löschen, da er ja vielleicht für eine Weiterentwicklung der Software doch nochmal verwendet werden kann. Das kann man dann mit der if-Anweisung realisieren. Hier wird also geprüft, ob die Makros Debug oder Test-Output definiert wurden. Wenn diese Bedingung wahr ist, belässt der Präprozessor die Statements innerhalb dieser if-Umgebung im Quellcode. Andernfalls, also wenn Debug und Test-Output nicht definiert wurden, werden diese Anweisungen entfernt. Und der Compiler sieht diesen Teil des Quellcodes dann nicht immer mehr, sodass er auch gar nicht Teil des Programms sein kann. In dieser Entwicklungsumgebung hier wird man sogar dabei unterstützt, zu erkennen, ob der Quellcode innerhalb dieses if-Statements noch Teil des Programms ist oder nicht. Hier ist das nicht der Fall, weil Debug und Test-Output nicht definiert wurden. Und dann wird der Quellcode innerhalb dieses Statements hier, also von den Zeilen 15 bis 18, aus dem Programm herausgenommen und das eben dadurch kenntlich gemacht, dass die Schrift etwas heller dargestellt wird. Wenn ich das Makro Debug definiere, so wie jetzt, dann ist also die Bedingung in Zeile 14 hier erfüllt, denn es muss ja nur entweder das Makro Debug oder das Makro Test-Output existieren. Und wenn das der Fall ist, dann werden eben auch diese Test-Ausgaben mit in das Programm aufgenommen. Und zu Testzwecken kann man dann eben diese Werte ausgeben lassen. Eine andere Möglichkeit, Test-Ausgaben zu steuern, ist über sogenannte Debug-Levels. Das heißt, das Makro Debug kann unterschiedliche Werte haben und je nach Wert werden andere Informationen über den Zustand des Programms ausgegeben. Hier gibt es jetzt in dem Programm also unterschiedliche Test-Ausgaben. Für den Fall, dass Debug gleich 1 ist, werden die Elemente des Arrays ausgegeben. Für den Fall, dass Debug gleich 2 ist, werden zusätzlich auch noch die Adressen der Variable mit ausgegeben. Und für alle anderen Fälle, wenn also Debug nicht definiert ist oder der Wert von Debug nicht 1 oder 2 ist, erfolgt hier keine Ausgabe. Wenn ich hier also Debug auf den Wert 2 ändere, dann sieht man, dass die Zeilen 20 bis 23 wieder hervorgehoben werden, dann also Teil des Programms sind. Und wenn ich Debug auf den Wert 0 ändere, dann sieht man eben, dass nur noch die Zeile 25 hier mit im Programm steht und das ist ein Kommentar, so dass keine Ausgabe hier erfolgt. So, das Letzte, was ich jetzt hier noch demonstrieren möchte, ist, dass Makros auch parametriert werden können. An Makros können also ähnlich wie bei Funktionen auch Werte übergeben werden. Und ein Beispiel dafür ist, das Ermitteln des Maximums zweier Zahlen. Direkt nach dem Namen des Makros werden in Klammern Parameter, hier A und B, angegeben. Und in der Anweisung, die das Makro ersetzen soll, wird in diesem Beispiel der Ternero-Operator verwendet mit genau diesen Parametern A und B. Beim Suchen und Ersetzen werden dann in der Anweisung zuvor noch die Werte, die an das Makro übergeben wurden, erstmal ersetzt. Und dann wird eben im Programmcode der gesamte Ausdruck dann ausgetauscht. Diese Art der Bestimmung des Maximums zweier Zahlen hat gegenüber der Implementierung als Funktion im Wesentlichen zwei Vorteile. Erstens ist diese Implementierung laufzeittechnisch schneller als eine Funktion. Bei einer Funktion muss nämlich der aktuelle Zustand des Programms erst einmal zwischengespeichert werden, was hier bei einem Makro eben entfällt. Und zweitens, da im Makro keine Datentypen festgelegt werden müssen, können hier sowohl Ganzzahlen als auch Gleitpunktzahlen übergeben werden. Eine Funktion hingegen wäre natürlich spezialisiert auf einen bestimmten Datentypen. Dieses Beispiel demonstriert eben, dass das Makro unabhängig von Datentypen funktioniert. Ein zweites Beispiel soll zeigen, dass es sogar möglich ist, den Tausch von zwei Variablen mit einem Makro zu realisieren. Interessant ist dabei, dass ja der Datentyp der Variablen, die getauscht werden sollen, bekannt sein muss, weil man für den Tausch eine Hilfsvariable benötigt. Würde man diesen Tausch in einer Funktion, zum Beispiel für Integer-Variablen, implementieren, könnte das so aussehen. Hier sieht man also, dass durch die Funktion Swap die Werte der Variablen vertauscht werden. Und dies könnte aber auch durch ein Makro realisiert werden. Beim Aufruf des Makros gibt man den Typ und die zu tauschenden Variablen an und in dem Ausdruck wird T dann durch den Datentypen und A und B durch die Variablenwerte ersetzt. Auch hier tritt wieder der Vorteil gegenüber einer Funktion auf, dass dieser Tausch für sämtliche Datentypen verwendet werden kann und nicht speziell auf einen Datentypen beschränkt ist.